Mit oder ohne Bewohner? Teichwasser wird schmutzig und trüb. Schneller als jedem lieb ist. Der Weg zu wirklich klarem Wasser führt nur über ein Genesis-Filtersystem. Das feinporige Filtervlies hält selbst mikroskopisch kleine Schmutzpartikel zurück. Logischerweise setzt sich dabei das Vlies nach und nach zu. Und genau diesen Umstand nutzt das Genesis-Konzept auf clevere Weise. Die Durchlässigkeit des Vlieses nimmt ab, das Wasser strömt immer langsamer durch. Als Folge steigt der Wasserpegel, bis er einen Überlauf erreicht. Ein klassisches Wasserrad treibt die Vliesrolle an. Verschmutztes Vlies wird aufgewickelt, sauberes nachgeführt. Jetzt kann das Wasser wieder schneller abfließen. Der Wasserspiegel sinkt, der Antrieb stoppt. Ein robuster, verlässlicher Automatismus ohne Strom. Im Inneren der Filtertrommel befreit ein Bioreaktor das Wasser von Stickstoffverbindungen wie Ammonium und Nitrit. Genesis sorgt für maximale Klarheit im Teich. Genesis. Clearly clever.